Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll News Episode. Es ist wieder soweit, der September ist auch schon wieder vorbei, es ist unglaublich wie die Zeit rast und es sind wieder einige interessante Neuigkeiten rausgekommen, die wir in dieser News Episode wieder aufarbeiten. Heute mit dabei ist der Alex und der Jonas, hallo zusammen. Hi Manu. Hallo. Ja und wie immer haben wir natürlich einen News Artikel auch geschrieben mit vielen weiteren News, den verlinken wir euch in den Shownotes. Wir fokussieren uns da jetzt seit einigen Monaten auf die zehn wichtigsten News, lest da ganz gerne mit rein. Wir werden einige auch heute wieder vorstellen, aber eben auch weitere hinaus. Denn heute haben wir im Fokus einen etwas längeren Blog, wo wir unterschiedliche News zusammenfassen und die Frage beantworten oder diskutieren, ob Krypto kurz davor ist, im Mainstream anzukommen, denn es gab doch einige spannende Meldungen. Was wir dann darstellen, ist zum Beispiel auch das DeFi-Projekt von Donald Trump, World Liberty Financial, was er da plant und was da dahintersteckt, aber auch, was die SEC und andere Regulierungsbehörden in Amerika wieder getan haben, denn sie sind wieder sehr aktiv gewesen, haben einige unter anderem DeFi-Projekte verklagt bzw. angekündigt, sie verklagen zu wollen. Und dann haben wir noch ein Stablecoin-Update, da ist nämlich auch sehr, sehr viel passiert. Ja, without further ado, wie man sagt, würde ich sagen, starten wir doch mit dem Markt-Update. Jonas, da startest du. Genau, gehen wir rein. Ja, erstmal einen kurzen Überblick. Ich muss sagen, war insgesamt ein recht guter Monat für den Krypto-Gesamtmarkt, Gesamtmarktkapitalisierung aktuell bei ca. 2,3 Milliarden US-Dollar, also knapp 10 Prozent Anstieg. Und wir sind an der Stelle natürlich vor allem auf den Bitcoin auch fokussiert, gucken, was da passiert, dass er zum Monat, das Anfang waren 59.000 US-Dollar, jetzt stehen wir bei knapp 65.000. Ging aber auch mal auf 53 runter Anfang September, also langweilig war es sicherlich nicht. Das ist, denke ich, auch selten in der Space. Das heißt, insgesamt knapp ein Anstieg von 10 Prozent in dem Monat. Primäre Driver natürlich immer schwierig kausal zu sagen, aber Zinssenkung der Federal Reserve und 50 Basispunkte spielt sicherlich eine Rolle. Und wir haben zuletzt auch wieder recht gute ETF-Zahlen gesehen. Und das war dann doch insgesamt natürlich ein Umfeld, was dann ganz gut für Krypto war, obwohl September statistisch gesehen eher ein Monat mit schlechter Performance und noch wenig Liquidität ist so der Abschluss des Sommerlochs an der Stelle. Was ich vor allem sehr spannend fand in dem Bitcoin-Umfeld ist, dass die Bitcoin-Hashrate aktuell auf einem Allzeithoch ist. Also das ist ja eine Art Indikator für die Mineraktivität und auch somit ein Indikator für die Sicherheit des Netzwerks. Und da sind wir gerade auf Allzeithoch mit 80 TeraHash pro Sekunde. Und das ist vor allem spannend, finde ich, wenn man rauszoomt, denn die Zahl hat sich in den letzten drei Jahren mehr als vervierfacht, obwohl vor drei Jahren der Bitcoin-Preis ein höherer war. Und da muss ich sagen, das sind so Momente, wo man ja einfach auch sieht, wie sich, wie einfach das Thema Bitcoin, vor allem in dem Mining-Fokus immer wichtiger wird. Und das sind so Dinge, die vielleicht mal untergehen, wenn man sich nur so auf die Daily News, sage ich mal, fokussiert. Wobei ich diese Zahl immer so ein bisschen, ich finde es keine ideale Metrik, weil nur sich die TeraHashes anzusehen, bringt ja nicht allzu viel. Man muss sich ja die Kosten pro TeraHash ansehen. Das heißt, eigentlich muss man sich die Kosten für die Hashrates da nochmal einpflegen, weil ansonsten ziehst du ja nicht in Betracht, dass die Erzeugung eines Hashes ja mit jedem Jahr günstiger wird. Von daher, wir haben ständig neue Rekorde bei der Hashrate, ganz einfach deswegen, weil die Erzeugung eines Hashes günstiger wird. Was ja aber relevant ist, auch für die Sicherheit des Netzwerks, ist, wie viel kostet es mich, diese Hashes zu erzeugen. Fairpoint. Müsste man den Indikator auch mal mit anschauen, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall interessant zu sehen, trotzdem auch, wie schnell dann diese kurzfristigen Einbrüche es dann auch mal gibt, wieder, ja, so an dem Sinne auch mal egalisiert werden und in letzter Zeit immer wurden. Vielleicht ein Blick noch zu guter Letzt auch auf Ether. Ähnliche Entwicklungen nicht ganz so stark stiegen. Knapp 5% von 2500 US-Dollar auf 2600. Das heißt, lange Rede, kurze Sinn, recht guter Monat und kurze Korrektur zu dem, was ich gerade gesagt habe. Gesamtmarktkapital, deswegen ist es natürlich nicht 2,3 Milliarden, sondern Billionen. Darf ich mich mal um? Ein paar Nullen an der Stelle kurz vertan. Kurze Korrektur. Siehst, wir haben es nicht gemerkt. Wollte ich jetzt, ich wollte euch testen. Ja, wollen wir doch die Diskussion mal nutzen, um uns die Frage zu stellen, wo stehen wir denn jetzt? Sind wir wieder im Bull-Markt? Wann kommt der Bull-Markt endlich? Es ist ja jetzt irgendwie seit Monaten schon, geht es seitwärts. Es passiert nicht so wirklich was. Es geht ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Jeder wartet so auf das nächste Narrativ. Also ich war vor zwei Wochen, letzte Woche in Singapur auf der Token 2049. Da habe ich auch ein paar Interviews gegeben für asiatische Medienhäuser. Und die haben mich auch oft gefragt, wann kommt denn der nächste Crypto-Bull-Run? Und ich habe gesagt, uns fehlt so irgendwie das Narrativ. Ja, wir hatten so die ICO-Phase, da hatten wir NFTs, wir hatten DeFi, dann hatten wir die Bitcoin-ETFs und so. Und ich bin mir noch nicht sicher, was jetzt so das nächste Narrativ ist, dass den Preis dann über die 100, 150, wie auch immer 200.000 treiben könnte. Was ich aber in Singapur auch erlebt habe, war auf dieser, also Token 2049 ist ja eine der größten, wenn nicht die größte Kryptokonferenz global. Hat im Marina Bay Sense Convention Center stattgefunden, 20.000 Teilnehmer. Das war wirklich der absolute Wahnsinn. Das hat sich schon extrem nach Bullenmarkt angefühlt, was ich da gesehen habe. Also das war zufällig Formel 1 auch in Singapur. Das heißt, da waren auch Max Verstappen, Landon Norris, Sergio Paris und so, waren auf der Bühne. Natürlich die komplette Kryptoprominenz. Vitalik Buterin, Arthur Hayes, Jeremy Allaire und so weiter. Showstars wie Iggy Yazela, die irgendwie ihren Memecoin da vorgestellt hat. Also irgendwie, wie gesagt, hat sich nach Bullenmarkt angefühlt. Ist auch eine Retail-Konferenz. Also für all die, die eher so im B2B-Bereich unterwegs sind, ich glaube, für euch lohnen sich eher die Side-Events als die Konferenz selbst. Ich habe jetzt von den Side-Events auch, habe ich interessantere Gespräche geführt. Aber es ist einfach jeder vor Ort. Und es war so eine bezeichnende Erfahrung oder Anekdote. Ich habe mir wenig Vorträge angehört, aber einen habe ich mir angehört. Da ging es um das Bitcoin-Security-Budget-Problem. Hatten wir hier auch schon mal eine Episode dazu. Extrem relevantes Problem meines Erachtens für Bitcoin. Sollten wir uns Gedanken dazu machen. Da saßen so drei, vier Hanseln vor der Bühne, ein bisschen übertrieben gesagt. Und dann irgendwie danach kam irgendein Dude, ich nenne jetzt auch gar keine Namen, weil ich will jetzt hier auch nicht irgendwie blackmailen, aber irgendeine taiwanesische Kryptoplattform, die scheinbar dort viele Fans oder Nutzer hat. Und dann kamen plötzlich vor diesem Vortrag, fünf Minuten vorher, aus allen Ecken Vietnamesen an, hauptsächlich Frauen. Alle so, ich sage mal, zwischen 40 und 60. Alle drei Taschen in der Hand mit Werbegeschenken, die sie auf der Konferenz eingesammelt hatten. Es war offensichtlich, dass die keine Ahnung und auch kein Interesse an Krypto haben und haben dann einfach nur diesem Typ zugejubelt, der dann danach kam. Und der hat auch nichts gesagt, zehn Minuten lang. Der hat nur gesagt, wir sind die Revolution, wir sind die sicherste Plattform, wir werden alles verändern. Ich wusste nach zehn Minuten immer noch nicht, was die machen. Aber alle Leute haben geklascht und gejubelt. Ich habe da mal nachgeschaut, dass es irgendeine Landingplattform ist. Das heißt, die verdienen halt alle irgendwie einen hohen Zins und sind deswegen Fans. Und ja, genau das sind halt so die Dinge, die, wenn sie dann hochgehen, die uns dann wieder fünf Jahre zurückkontaktieren. Oft genug gesehen. Also ja, ich bin da so mit gemischten Gefühlen wieder nach Hause geflogen dann. Aber das vielleicht mal so als Reisebericht aus Singapur. Wir sind ja sonst, glaube ich, auch eher so in diesem Business-Umfeld unterwegs. Ich kenne das auch gar nicht und ich finde es total spannend, was du da erzählst, wie so eine Retail-Konferenz ablaufen kann. Mir würde das auch Angst machen oder ein bisschen verunsichern. Und das, glaube ich, meines Erachtens jetzt, was du so erzählst, kein besonders gutes Zeichen, dass da wieder so eine Manie entsteht, gerade rund um Meme-Coins und so weiter. Und ich kann dazu auch sagen, Alex, ich war jetzt bis gestern bei der European Blockchain Convention, also nicht ganz so weit, sondern in Europa. Und es war schon teilweise auch ähnlich, dass du dir wieder den Kopf einziehen musst, weil du von ganz viel Sales und ich habe das neueste Krypto-Projekt hier, den neuesten Stuff in Web3, wo ich mir auch oft so ein bisschen die Vibes hatte, wo habe ich 2017 eigentlich auch schon mal gehört. Also ich habe da auch so ein gewissermaßen ein ähnliches Gefühl, was ich da aus dem europäischen Kontext so ein bisschen teilen kann. Aber wir wollen heute das Fundament noch mal so ein bisschen tiefer legen und uns eben sagen, um darauf einzugehen, klar, man bekommt das Thema immer mehr gestellt. Alex, du hast auch gesagt, du wirst immer mehr gefragt. Geht mir tatsächlich ähnlich? Und wir sind ja bekannt hier für fundiertere Analysen. Deswegen haben wir gesagt, wir gucken uns mal systematisch ein paar Kernfragen um das Thema an. Ja, sind wir jetzt schon mitten im Krypto-Bullenmarkt? Sind wir kurz davor, dass Bitcoin Mainstream geht? Ja, nein. Und da habe ich ein paar Indikatoren vorbereitet, die ich gerne mit euch auch diskutieren würde und auch gespannt bin, was ihr davon haltet, dazu sagt, um am Ende eben so ein kleines Zwischenfazit zu sehen, wo wir denn jetzt stehen rund um Krypto, Mainstream, Bullenmarkt und Co. Den ersten Indikator, den ich mitgebracht habe, war das Thema, wie viele Banken bieten oder ja, immer mehr Banken oder Frage, ob immer mehr Banken ihren Kunden den Kryptohandel anbieten. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil Banken eben den Kundenkontakt haben, auch wenn es vielen der Krypto-Bros vermutlich gar nicht so recht ist und da auch in der Regel großes Vertrauen genießen. Und man sieht auch, dass immer mehr Banken hier entsprechende Lizenzen haben, sei es rund um die Verwahrung, sei es rund um den Handel oder auch mit Partnern im Handel zusammenarbeiten. Und hier als Beispiel eben ein paar News aus dem letzten Monat. Zum einen die Commerzbank, die jetzt quasi ein Krypto-Angebot im Endeffekt jetzt ab sofort startet, wo sie verwahrt, zusammen mit DLT Finance, der deutschen Börse-Tochter, arbeitet, wenn es um den Handel geht und ab sofort den Firmenkunden letztendlich Bitcoin und Ether anbieten wird. Also das ist natürlich sehr wichtig. Commerzbank, eine der größten Banken hier an der Stelle. Also schon eine News, wo man sagt, okay, ist nicht ganz ohne. Ähnlich tatsächlich auch rund um die DZ-Bank und die deutsche Genossenschaftliche Finanzgruppe. Hier arbeitet man zusammen mit der Börse Stuttgart als Infrastrukturanbieter. Bank soll noch dieses Jahr angeschlossen werden. Betrifft sich an oder richtet sich an Firmen und Privatkunden. Also nicht nur Firmenkunden wie bei Koba, sondern auch Privatkunden. Wir haben in der Vergangenheit schon die V-Bank hier gehabt, die ja letztendlich auch, und hier Verweise auf die Episode, wird Stefan Lettmeier aus dem Vorstand Kryptoprodukte anbietet, vor allem aber für institutionelle Kunden und gibt natürlich auch im deutschen Space andere Player, sei es N26, die über Partners Ganze anbietet, viele Börsen und Broker, sei es Bison, Coinbase, Relay. PayPal zum Beispiel, auch spannender Move, jetzt erst vor wenigen Tagen angekündigt, auch in den USA Firmenkunden den Handel mit Krypto anzubieten. Und das sind so News, wo ich mir gedacht hätte, vor ein paar Jahren wäre das riesengroß gewesen, auch in den Medien. Jetzt ist so, ja, ist halt eine der vielen weiteren News. Und deswegen finde ich das schon spannend, was sich hier, ja, an Fortschritt letztendlich tut in diesem Bereich. Ja, es realisiert sich jetzt einfach das, was ja all diese Unternehmen vor drei, zwei, drei, teilweise vier Jahren begonnen haben. Also deswegen sind es vielleicht auch gar keine News mehr, weil die Koba, wir wissen seit Jahren, dass sie an dem Thema arbeiten. Die haben schon vor einiger Zeit die Verwahrlizenz jetzt erhalten. Das war fast ein bisschen überraschend, dass es jetzt dann noch so lange gedauert hat, bis sie dann ein konkretes Angebot für ihre Kunden haben. Ähnlich bei der DZ-Bank, wir hatten ja auch die LBBW schon beim letzten Mal, glaube ich, dabei. Auffällig ist, dass die allermeisten erst mal ein Firmenkundenangebot machen. Das heißt, es ist schon noch so ein Stück weit mit angezogener Handbremse, weil wir wissen alle, dass im Firmenkundensegment das Angebot noch nicht so groß ist. Richtig spannend wird es natürlich, wenn dann Retail auch mit dazu kommt. Deswegen DZ-Bank bin ich mal gespannt, wie das anläuft. Und ich vermute, das wird jetzt so, die werden alle so anfangen, wie PayPal auch angefangen hat, dass es erst mal so ein Closed-Loop ist. Das heißt, du kannst dein Geld, hast du auf deinem DZ-Bank oder Kuba-Konto, dann kannst du dort Bitcoin kaufen, kannst sie dort auch verwahren, kannst sie aber weder nach draußen schicken, noch von draußen reinschicken. Und bei PayPal haben wir jetzt gesehen, die haben das jetzt langsam geöffnet. Ja, da können jetzt Firmenkunden auch schon Bitcoin rein- und rausschicken. Und ich vermute, dass das dann auch in Deutschland der nächste Schritt sein wird. Und dann kommen auch hoffentlich bei allen Banken die Retail-Kunden dazu. Ich denke, den Pfad haben wir jetzt eingeschlagen. Und dann kann man wirklich davon sprechen, wenn ich bei den meisten Banken in Deutschland irgendwie Bitcoin und Ether kaufe und verkaufen kann, von draußen reinschicken kann und von innen rausschicken kann. Dann sind wir, glaube ich, schon an einem ganz guten Stand angekommen. Und das ist sicherlich auch etwas, wo ich wirklich davon überzeugt bin, dass wir das in ein überall Krypto-Angebote gibt. Also es wird sicherlich dauern. Ich finde es sehr gut, was du gesagt hast, Alex, wie bei PayPal, da hat es auch länger gedauert, ist ja heute auch immer noch so ein bisschen ein stufiger Ansatz. Deswegen, das wird auch nicht von heute auf morgen kommen. Aber dass sich jetzt die Entwicklungen, die seit Jahren anbahnen, jetzt eben konkrete Offerings führen, wenn auch mit ein bisschen angezogener Handbremse, ist sicherlich auf jeden Fall ein spannender, interessanter Schritt. Dann lasst uns gern zum zweiten Indikator gehen. Und zwar ist das die Frage, wie hoch denn das Interesse der Menschen? An dem Thema ist. Und da wird sehr häufig ein Indikator ja so zurate gezogen, der als Proxy gesehen wird für das Thema Interesse. Und zwar ist es das Thema Google Suchinteresse, Google Suchzahlen. Und das ist ganz spannend, wenn man sich das auf fünf Jahressicht mal anguckt. Und das kann man so interpretieren, dass der Indikator quasi ein Maximum hat bei 100. Also das ist quasi, es war der höchste Punkt in den letzten fünf Jahren. Und von da aus wird es dann quasi, ich sage mal, runtergerechnet oder normiert zu diesem Punkt. Das Maximum ist, denke ich, wenig überraschend, war in 2021 so ein bisschen das Hoch. Dann ging es bei 100 natürlich, weil es das Maximum war. Dann ging es nach den ETF-News in Q1 dieses Jahr wieder von so ein bisschen 20 hoch auf 50. Da hat man schon gedacht, oh, jetzt geht es richtig ab. Wir sind aber jetzt inzwischen wieder rund bei 20. Also das heißt, bei dem Niveau, wo wir vor den ETF-News waren, waren teilweise auch wirklich so, ja, auf diesem Grundniveau, wo wir die letzten Jahre so waren, also muss man sagen, eigentlich gar nicht so sonderlich hoch, wenn man sich jetzt mal das Thema, ja, anhand dieses Indikators, der Google Search Interesse, das Thema Bitcoin vor allem, ich habe nach Bitcoin gesucht, mal anschaut. Ja, aber das spiegelt auch irgendwie so mein Bauchgefühl wieder. Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, da, wo wir vor den ETFs waren oder jetzt auch schon seit mehreren Monaten, ist es nicht wirklich prominent, dieses Thema. Komischerweise, obwohl wir sind relativ nah am All-Time-High, was den Preis anbelangt, aber so das Interesse, auch so, ich glaube, die Handelsvolumina sind wieder ein Stück weit zurückgegangen. Deswegen sind alle so in der Warteposition, was ist das nächste Narrativ, was wir bis jetzt noch nicht erwähnt hatten und was ich, was meines Erachtens immer extrem wichtig für den, für Kryptopreise generell ist, ist das Zinsniveau und das dreht gerade wieder. Also wir hatten jetzt in den USA Zinssenkungen, wir hatten in Europa Zinssenkungen, in der Schweiz hatten wir Zinssenkungen, das sind, denke ich, wichtige Voraussetzungen dafür, um auch wieder einmal größere Preisanstiege zu ermöglichen. Dann lasst uns weiterspringen zu Indikator Nummer drei und zwar ist das Thema nicht nur eben, wie viel Interesse Leute haben, sondern wie viele Leute machen jetzt noch was, wie viele Leute halten denn jetzt Bitcoin und da gibt es wie immer verschiedene Zahlen. Eine Zahl, die ich mir gerne angucke, ist die Studie der Bundesbank, die wirklich dieses ganze Bezahlverhalten sich näher anguckt und das ist tatsächlich eine Zahl, von 2023, die gesagt hat, dass sechs Prozent der deutschen Bevölkerung Kryptowerte schon mal gekauft haben oder auch halten. Das war ein Anstieg von vier auf sechs Prozent von 2021 zu 23, also kann man sagen, plus von 50 Prozent. Eine Studie von Bitpanda ist da etwas bullischer zusammen mit YouGov, können wir auch gerne verlinken, die sagen elf Prozent der Bevölkerung. Also schon natürlich eine Diskrepanz zwischen sechs und elf Prozent, weil elf Prozent wäre aus meiner Sicht schon auch eine sehr große Nummer, wenn man sich anguckt, dass Aktien heutzutage so vielleicht circa 20 Prozent hier gefallen finden. Das heißt, das macht schon was aus, aber unabhängig davon sieht man natürlich die Tendenz, dass die auf jeden Fall steigend ist und das eben auch in der Bundesbankstudie sogar von 2021 auf 2023, wo ja schon sehr viel Seitwärtsbewegung und eher Skepsis, sage ich mal, vorgeherrscht hat. Ich denke, bei den Zahlen kommt es doch mal darauf an, welche Frage wird genau gestellt. Hältst du aktuell Bitcoin? Da gab es auch die Zahlen von Statista einmal, die waren auch relativ hoch und die waren irgendwie, hattest du in den letzten drei oder vier Jahren mal irgendwie Bitcoin oder Krypto besessen? Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ich denke, irgendwo so zwischen fünf und zehn Prozent oder fünf und 15 Prozent halte ich jetzt für wahrscheinlich. In der Schweiz war es auch mal ein bisschen höher als in Deutschland, aber so um den Dreh. Und Tendenz auf jeden Fall nach oben. Das ist relativ klar an allen Zahlen, eigentlich zumindest jetzt im größeren Spektrum. Dann die weitere Frage, noch Indikator Nummer vier. Der vorletzte ist quasi, wie präsent ist Krypto im Alltag? Und da hast du ja auch gesagt, Alex, dass da oft man so auf so the next big thing wartet oder das nächste Narrativ. Was ich sehr, sehr spannend fand zuletzt als sehr großer Sport- und Fußballfan, ist das Thema Sponsoring im Bereich Krypto, von Krypto im Bereich Sport. Da kann man sagen, waren wir vielleicht auch schon mal in der Vergangenheit durch FTX und Co. Ist dann nicht so gut ausgegangen. Aber was ich hier hinaus möchte, ist Bitpanda macht da gerade eine sehr, sehr starke, sehr, sehr große Marketing-Offensive. Die meisten von euch wird sicherlich mitbekommen haben, dass Bitpanda eine Partnerschaft mit Bayern München hat, die man ja auch teilweise in den Medien und auf Social Media sieht. Auch mit AC Mailand. Jetzt kürzlich eine Zusammenarbeit mit dem Streaming-Portal DAZONE. Weitere Partnerschaft mit der amerikanischen Football-Liga NFL. Also das heißt, man sieht wirklich, es sind schon keine kleinen Initiativen. Und wenn man in den Mainstream will, dann muss man sich natürlich auch die Leute bei Mainstream-Aktivitäten, sage ich es jetzt mal, krallen. Und das ist sicherlich Fußball in Deutschland. Das ist sicherlich auch Football in den USA. Und da muss ich sagen, wirklich sehr spannend. Es gab auch weitere News von Budget und La Liga in Spanien. Also das ist jetzt nur so ein kleines Exzept davon. Aber man sieht anscheinend mehr Budgets beim Marketing. Und man möchte jetzt dieses, oder anscheinend sieht man gerade ein gutes Timing, um hier mit solchen Marketing-Aktivitäten mehr Retail-Customer von Kryptoseite, vor allem natürlich die Börsen, dann auch hier letztendlich auf sich, an sich zu ziehen und die Kunden dann auch mit eigenen Produkten zu bedienen. Dann letzter Indikator, bevor wir vielleicht mal kurz zu so einer Gesamteinordnung oder Zwischeneinordnung kommen, ist für mich die Frage, ja, wie schaut es denn rund um die Lösungen aus? Also wer baut denn jetzt irgendwie Krypto, Blockchain-Lösungen, Services, Produkte? Und da muss man sagen, ist der Kryptospace natürlich weiterhin sehr innovativ mit entsprechenden Initiativen. Wir wissen auch, dass der Treadfy-Sektor weiterhin Gas gibt. Ich denke, wer uns treu folgt, bekommt das eigentlich fast in jeder Episode mit, was da Spannendes auch von der Bankenseite, von den PSPs und Co. passiert. So auch in diesem Monat. Mastercard hat zum Beispiel eine Non-Custodial-Bezahlungslösung gestartet, was ich sehr spannend fand, könnte auch mehr im User-Tick lesen. Revolut hat eine Bitcoin-Bezahlkarte gemacht, Standard Chartered hat in OneTrading investiert, also eine Company, die im Bereich Kryptoderivate sehr aktiv ist. Also ich muss sagen, von der Produktseite passiert letztendlich ja auch sehr, sehr viel an dieser Stelle. Wenn gleich, denke ich, für mich zumindest, der Fortschritt insgesamt immer langsamer ist, als man das vielleicht vor ein paar Jahren erwartet hat. Aber ich denke, für Treadfy sind da die Fortschritte eigentlich vermutlich schon recht zügig an der Stelle. Und das, was du, und vielleicht ist das jetzt schon ein bisschen eine Einordnung, Jonas, aber ich bin auch auf deine Einordnung gespannt. Das ist auch das, was ich mir so überlegt hatte. Vielleicht ist es gar nicht so, dass das nächste Narrativ irgendwie der nächste NFT, DeFi oder ETF-Hype ist, sondern dass es ganz einfach nur Access für eine breitere Investorenbasis ist und die Adaption des traditionellen Finanzsektors, der einfach nur Zugang schafft und dann natürlich auch logischerweise traditionellere Marketing- und Werbekanäle bedient und wir dadurch einfach nochmal in Schub bekommen, weil Banken jetzt eben endlich soweit sind und so langsam Zugang bieten können und dadurch vielleicht jetzt auch nochmal Leute dann über Bitcoin-Investments nachdenken, die das nie über eine Kryptobörse machen würden. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ob das schon ausreicht, ja, für den nächsten Boom? Also ich sehe es ein bisschen wie du, Alex. Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, dass man gerade so ein bisschen auf das weitere Narrativ wartet, weil dann ist das nicht irgendwie alles von einem Thema irgendwie getrieben und dann geht hoch und alles so volatil letztendlich, sondern eher so ein bisschen organisch. Deswegen, ich finde das schon, finde dieses Thema jetzt weitere Retail-Nutzer, Marketing, Bitpanda und Co. schon wirklich spannend. Für mich kann das schon wirklich auch ein Push sein. Klar, Bitpanda und Bayern und so, das ist alles schön, aber es ist natürlich ein globaler Markt letztendlich. Was ich mir halt sehr gut vorstellen kann, ist wirklich das Thema, und wir sehen es ja schon ein bisschen an den ETFs, dass jetzt erste Pensionsfonds reingehen. Fairerweise, die kannst du noch an einer Hand abzählen, aber man sieht die Moves. Und ich glaube halt schon, dass es nicht zu unrealistisch ist, wenn man sich jetzt vielleicht auch Middle East anschaut, dass man da auch wirklich größere Staatsfonds mal sieht, die da zumindest vielleicht, jetzt nicht in den nächsten Monaten, aber schon in naher Zukunft reingehen. Und das sind natürlich Volumina. Da sprechen wir so ein bisschen von einer anderen Nummer. Und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht schlecht, dass man nicht dieses nächste, the next big shiny thing hat, sondern organisch einfach wächst, sich das nach und nach ausbaut. Und deswegen, ich bin tatsächlich optimistischer denn je, was das ganze Thema angeht, vor allem wirklich auch Bitcoin an der Stelle. Und ich glaube einfach, dass das wirklich schon reichen kann. Und am Ende ist es leider wirklich halt so ein Ding mit dem Preis. Wenn der Preis mal so wieder all-time high, dann kommt es wieder in den Medien, dann steigt Google Search wieder und dann kommt so ein bisschen eine Spirale hoch. Das war ein bisschen schade, aber so hat er in der Vergangenheit auch gelaufen. Ein Narrativ könnte natürlich auch sein, leider Gottes, die Politik in Amerika. Also wenn ein Trump wirklich Präsident werden sollte, dann, man hat ja schon gemerkt, dass er da sehr stark um diese Industrie buhlt und auch angekündigt hat, hier viel zu verändern. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das auch so ein Scheideweg ist, gerade für die amerikanische US-Industrie. Wir haben ja in den letzten News-Episoden auch viel immer wieder über die US-amerikanische Politik gesprochen. Das könnte für mich das nächste Retail-Narrativ zumindest auch sein. Und wo dann Neues auch entstehen kann. Ich bin da nur ein bisschen zwiegespalten, ob das ein gutes Narrativ ist oder nicht. Wenn dann eine schillende Person hier wirklich einfach mal sagt, er unterstützt das Ganze jetzt. Aber so funktionieren die Märkte ja auch. Und dann kann natürlich das, was du gesagt hast, Alex, dass dann jetzt hier in der breiten Masse einfach Zugang besteht, zumindest in Europa, kann das dann natürlich auch nochmal befeuern, dieses Narrativ. Wenn man halt sagt, okay, ich vermute mal, da geht es jetzt hoch und da will ich auch dabei sein und kaufen. Also bin ich inhaltlich getrieben, aber dann, das darf man glaube ich auch nicht unterschätzen. Und man muss natürlich auch sehen, in wie vielen Dimensionen der amerikanische Markt auch größer ist als der europäische. Das heißt, was da halt so passiert oder von dort getrieben ist, das wird sich sicherlich eher auch mal in Preisbewegungen widerspiegeln, wie jetzt, wenn jetzt in Europa sich vielleicht irgendwas zum Guten für Krypto dreht, sage ich mal. Ja, Trump gibt sich auf jeden Fall alle Mühe, sich als Krypto-Präsident zu positionieren. Ich glaube auch, dass das eine Auswirkung auf den Preis haben wird, die Ausgang der Wahlen, zweifelsohne. Ich weiß gar nicht, ob das dann daran liegen würde, dass Trump jetzt sich so als Krypto-Präsident positioniert oder ob das nicht generell, weil er natürlich so ein bisschen libertärer, wirtschaftsliebender ist. Das tut ja normalerweise den Börsen dann auch immer gut, wenn solche Präsidenten gewählt werden. Das, was Trump macht, ich bin da sehr kritisch dazu, wie aktiv und aggressiv er sich da positioniert. Er hat jetzt auch sein eigenes, wobei es ist falsch zu sagen, sein eigenes Defi-Projekt. Er hat ein Defi-Projekt, das durchaus von seinen Söhnen getrieben wird, das er unterstützt. Da gab es einen zweistündigen Live-Stream auf X, also Twitter, diese Twitter-Spaces. Da wurde dieses neue Unternehmen vorgestellt. Das ist ein Defi-Projekt. Es wurde tatsächlich, ich habe es mir nicht selbst angehört, aber andere, die das getan haben, mit denen habe ich gesprochen, die meinten in den zwei Stunden wurden keine wirklichen Details gegeben dazu, wie diese Plattform jetzt funktioniert und was das genau ist. Es ist wohl ein Landing-Protokoll, was ein bisschen problematisch ist und was Trump da natürlich auch irgendwann auf die Füße fallen könnte, ist, dass die beiden Project-Leads, die das jetzt übernehmen, dieses Projekt, Chase Hero und Zachary Falkman, die haben vorher Doe Finance geführt oder waren daran beteiligt. Das wurde 2024 gehackt, dieses Protokoll. Da wurden zwei Millionen Dollar entwendet und es wurden jetzt also Codes aus diesem Doe Finance-Projekt, wurden jetzt bei World Liberty Financial auch gefunden im GitHub. Das heißt, da wurden vermutlich Teile übernommen, und das wird sehr ähnlich sein. Ja, es gibt jetzt natürlich keine konkreten Hinweise, dass da jetzt auch schon Schwachstellen übernommen wurden, aber das ist natürlich nicht der ideale Hintergrund, da so ein neues Projekt zu starten, da auch noch supported bei einem Präsidentschaftskandidaten. Von daher, ich finde das nicht gut. Ich hätte ihm das auch nicht geraten, sich da so aktiv zu positionieren. Ich denke, es reicht, wenn er einfach sagt, er supportet diesen Bereich. Aber ja, er ist ein Salesman, er verkauft ja auch seine NFTs die ganze Zeit und deswegen hat er sich da jetzt auch wieder positioniert. Hoffen wir mal, dass diese Plattform dann besser funktioniert als der mehr oder weniger Vorgänger. Das ist auch echt mutig, also das muss man ihm schon lassen. Eine DeFi-Plattform, die schon mal gehackt wurde, da die Kollegen nochmal zu nehmen und den Code zu nehmen, vielleicht weiß er das auch gar nicht im Detail, aber man stelle sich vor, wenn eine DeFi-Plattform oder irgendein Kryptoprojekt von Trump gehackt wird. Das ist ja dann auch einfach aufgrund der Reichweite und der Bekanntheit nochmal ganz was anderes, was den ganzen Space natürlich auch wieder runterziehen kann. Also auf jeden Fall auch ein mutiger Move. Ich bin voll deiner Meinung. Ich weiß nicht, ob das wirklich notwendig ist. Vor allem, ja, weil das sicherlich nicht sein Hauptprojekt werden wird. Schon wirklich wild, wenn man sich überlegt, dass man da als Präsidentschaftskandidat hier sein eigenes Merchandise rund um Krypto hat, seinen eigenen NFT, das ist auch ein DeFi-Projekt. Also ich überlege manchmal, ob man sich sowas in Deutschland auch vorstellen kann. Irgendwie eher schwierig. Also es ist schon einfach wild. Der Scholz-Coin. Oh Gott. Was vielleicht noch wichtig ist, die Trumps selbst besitzen gar keinen Anteil an World Liberty Financial, haben sie da auch betont. Ich weiß nicht genau, wie dieses Setup dann aussieht und wo dann ihr Anreiz herkommt, das so zu promoten. Also ich bin mir fast sicher, dass es da irgendwelche Commercial Agreements geben wird. Sonst hätten sie da keinen Anteil, da ein zweistündiges Twitter-Event zu machen. Aber das wurde auch nochmal betont, dass sie jetzt direkt an World Liberty Financial nicht beteiligt sind. Gut, aber dann gehen wir doch mal von einem Präsidentschaftskandidaten, der in DeFi einsteigt, zu Regulatorik und Aufsicht, so das andere Ende des Spektrums, weil der US-Regulator schaut ja durchaus weiterhin mit Argus-Augen auf den Kryptospace. Ja, perfekte Brücke. Vielleicht schaut er dann auch irgendwann mal mit Argus Augen auf dieses Projekt, was von Donald Trump unterstützt wird. Denn, was ganz interessant ist, also es geht weiter, die SEC und aber auch die CFTC haben Klagen angekündigt oder bereits durchgeführt gegen NFT, sorry, gegen DeFi-Projekte, aber auch hier gegen NFT-Börsen wie zum Beispiel OpenSea, das ist ja der bekannteste Marktplatz für Non-Fungible Tokens NFTs und die haben jetzt eine sogenannte Well's Notice erhalten. Das hatten wir schon häufig immer wieder erklärt, was das ist. Das ist praktisch eine Ankündigung, dass eine Klage droht oder das ist dann so der letzte Schritt. Man geht dann davon aus, dass auch die Klage dann ins Haus kommt und ja, OpenSea ist hier auch nicht das erste DeFi-Unternehmen, was schon so eine Mitteilung bekommen hat, denn auch Uniswap hatte da bereits von der SEC eben eine Verwarnung bekommen, dass sie eine nicht registrierter Wettpapiermakler und eine Wettpapierbörse sei und genau das soll jetzt eben auch bei OpenSea der Fall sein. Das ist aber dennoch, glaube ich, wirklich ein Schritt in sehr unbekanntes Terrain, weil bisher die SEC sich zu NFTs eigentlich nicht geäußert hat und jetzt hier diese Anklage, Ankündigung letzten Endes auch impliziert, dass die SEC NFTs als Wettpapiere betrachten könnte oder auch bereits betrachtet. Also NFT ist nochmal, was wird da an diesem OpenSea-Marktplatz gehandelt? Das sind die ganzen vor allem Bildertoken, sage ich mal, wo also ein Boiled Ape dahinter steckt und ja, hier letzten Endes Anteile an diesen Bildern gehandelt werden. Nicht nur, aber das ist weiterhin der größte Teil von dem NFT-Markt, der aber auch in den letzten Monaten stark gelitten hat und stark eingebrochen ist. Aber hier noch einmal, also das ist wirklich jetzt ein ganz neuer Bereich nochmal. Es geht hier nicht um Cryptocoins oder auch ja, Token, wie man sie kennt, also Fungible Token, sondern hier letzten Endes auch um Non-Fungible Token, die eigentlich ja das Recht an diesem Bild direkt darstellen soll oder das Bild direkt darstellen soll. Ja, das ist ja immer die alte Diskussion. Ich denke, das hängt auch alles so ein bisschen damit zusammen, dass es ja eine sehr komische Definition von Security in den USA gibt mit diesem Howie-Test. Also das ist ja zum Beispiel eine Frage immer, kaufe ich etwas in Erwartung eines Gewinns, ja, aber da kommen wir jetzt wirklich in ein Terrain, wenn wir sagen wir mal einen Board Ape zu einer Security erklären, dann ist halt eine Baseball-Sammelkarte wahrscheinlich auch eine Security am Ende. Also das sind schon auch sehr, sehr fundamentale Diskussionen, die in dem Zusammenhang dann jetzt geführt werden. Und es gibt zwei Projekte in der Vergangenheit, die da vielleicht auch als Blueprint gelten. Im Jahr 2023, also letztes Jahr, hatte die SEC hier zwei Verfahren eingeleitet gegen zwei Projekte, aber eben ganz spezifisch gegen zwei Projekte, Impact Theory und Stoner Cats. Stoner Cats, das hatten wir glaube ich letztes Jahr auch irgendwann mal erwähnt, das war ganz interessant, da stecken ganz bekannte Celebrities eigentlich dahinter, die also so, ja so Kifferkatzen dargestellt hatten als Bild und haben dann da auch immer so Storys gebaut und naja, die haben das Ganze aber sehr stark auch wie mit so einem Investment Contract aufgezogen und da hat die SEC also eben auch gesagt, das sind Wertpapiere und da letzten Endes wurden auch Vergleiche getätigt, wo diese Projekte letztendlich auch eine Strafe an die Behörde gezahlt haben. Also es bleibt auf jeden Fall spannend abzuwarten, wie das da weitergeht, ist auf jeden Fall nochmal ein ganz neuer Schritt, den die SEC hier geht. Und wir sind es ja von der SEC gewöhnt, dass sie immer mal wieder gegen Krypto schießt. Wer sich bislang zurückgehalten hat, war die CFTC, aber die wird auch so langsam aktiv. Genau, die CFTC, das ist die Commodity Futures Trading Commission und die hat die eben schon erwähnte dezentrale Börse Uniswap Labs, also die, letzten Endes die Betreiber oder die Entwickler dieser dezentralen Börse, auch mit dem Vorwurf angeklagt, US-Kleinanlegern illegal den Handel mit Kryptowährungen mit Hebelwirkungen verboten zu haben. Also da geht es jetzt um ein ganz anderes Problem, da geht es darum, dass hier Kleinanleger solche Produkte eigentlich nicht handeln können sollen. Uniswap hat hier bereits, oder Uniswap Labs hat hier bereits zugestimmt und hat die Vorwürfe durch eben eine Zahlung von einer Strafe in Höhe von 175.000 Dollar beglichen oder hat sich geeinigt und man hat aber auch das Angebot dieser Produkte eingestellt bereits und da gehört, gehören unter anderem die Token dazu, die also so einen Zweifach-Leverage und Zweifach-Hebel draufsetzen und ich war da wirklich ein bisschen überrascht, weil zum Beispiel es gibt ja einige so Zertifikate-Plattformen, die da noch viel größeren Hebel anbieten, unter anderem ja auch im Cryptospace, wo zum Teil Hebel von 10x, 20x angeboten werden und ja, das schmeckt aber der CFTC hier überhaupt nicht, dass Uniswap, also die dezentrale Handelsplattform, hier diese gehebelten Token auch für die Retail-Investoren anbietet. Wie gesagt, wurde schon eingestellt und eine Strafe wurde beglichen, aber auf jeden Fall auch ein neues Terrain. Die Strafe finde ich irgendwie auch sehr interessant, also 175.000, dachte schon, dass irgendwie die ein oder andere Null verloren gegangen, also ich sage mal, man hat es mich sehr gewundert, wie man auf so eine Zahl kommt und sich dann einigt, also vielleicht für die CFTC gut, weil man sagen kann, die wurden ja, also die wurden ja dafür gechargt, also die sind ja quasi schuldig und Uniswap denkt sich, ja dann zahlen wir halt nur 175k, aber also das passt überhaupt nicht zu den Verhältnismäßigkeiten, die man sonst vor allem von der SEC auch hört, da sind wir ja teilweise im zwei-, dreistelligen Millionenbereich, teilweise auch im Milliardenbereich, ja, hat mich ein bisschen überrascht. Ja, mich auch, gebe ich auch zu, ich vermute mal, es geht halt hier einfach um diesen anderen Bereich, also es geht ja jetzt nicht darum, dass hier Wertpapiere gehandelt werden, da kann die CFTC auch nichts gegen machen oder verklagen, das wäre dann wieder die SEC und diese Klage läuft ja auch noch gegen Uniswap, also das ist das, was ich eben gerade schon erwähnt hatte, da gibt es aber eigentlich nicht viele Neuigkeiten, außer dass die SEC hier 40 Seiten ausgearbeitet hat, warum die SEC oder die Gründe der SEC nicht relevant sind und ja, da muss man jetzt auch erstmal abwarten, wie weit hier auch die SEC weiter Uniswap verklagen wird. Ja und ein letzter Punkt, das fand ich auch ganz interessant, eToro, die sind ja auch gerade in Europa sehr aktiv, die wurden entsprechend von der SEC auch verklagt und haben hier sich auch schon geeinigt, außergerichtlich, zahlen eineinhalb Millionen und haben das gesamte Krypto-Angebot in Amerika eingestellt, bis auf, und das ist jetzt spannend, den Handel mit Bitcoin, Ether und Bitcoin Cash und gerade Bitcoin wie auch Ether, dadurch, dass es ja hier ETFs gibt, fühlt man sich, glaube ich, in Amerika jetzt auch ganz sicher, ich denke, die SEC sieht das ja auch so, dass das eben keine Wertpapiere sind. Interessant fand ich, dass Bitcoin Cash ja auch ausgenommen ist. diese Kryptowährungen dürfen weiterhin bei etoro gehandelt werden, alle anderen Token und Coins wurden bereits eingestellt, beziehungsweise man hat jetzt hier noch die Möglichkeit, seine Token und Coins dort für die nächsten 180 Tage zu verkaufen, aber keine neuen Tokens mehr zu kaufen. Und etoro hat also hier relativ schnell wohl eingelenkt und hat gesagt, wir möchten in Amerika auch mit unserem traditionellen Webpapiergeschäft weiterhin tätig sein und haben hier also dann das weitere Kryptoangebot eingestellt. Ja, das waren die News zu den USA und zu den Regulatoren in den USA. Ganz interessant, vielleicht eine letzte Meldung noch aus UK, aus der UK, also Großbritannien. Da gab es jetzt einen Vorschlag, einen Gesetzesvorschlag, der klären soll, wie Kryptowährungen letzten Endes rechtlich besitzt werden können. Also der rechtliche Status von Kryptowährungen, der Besitz an diesen Kryptowährungen, der wurde oder der soll hier neu geregelt werden. Und im Mittelpunkt steht hier eine neue Eigentumskategorie, die zu den bestehenden Sachen im Besitz, das sind zum Beispiel Gegenstände wie Geld und Autos, Sachen in Aktion, das sind zum Beispiel Schulden und Aktien. Und da kommt jetzt eine weitere Kategorie, die einfach nur Sache heißt, also auf Englisch Fängen. Und das ermöglicht letzten Endes auch den Besitz an digitalen Vermögenswerten, dass man daran auch letzten Endes persönliche Eigentumsrechte erlangen kann. Und das war in Großbritannien bisher noch nicht möglich oder ist auch noch nicht möglich, weil es ist ja nur ein Gesetzesvorschlag. Aber wenn dieses Gesetz verabschiedet wird, dann ist es eben auch möglich, an digitalen Assets wirklich Besitz zu halten. Und das ist natürlich bei juristischen Streitereien sehr, sehr wichtig, dass das überhaupt gegeben ist. Also bei einer Scheidung, bei Eigentumsverhältnissen, bei Insolvenzen und so weiter. Und auch wenn zum Beispiel die Opfer oder die Besitzer, Opfer von Betrügereien werden, kann hier also auch sicher festgestellt werden, okay, du hattest mal Besitz an einem digitalen Asset und wir können das Ganze dann auch rechtlich durchsetzen. Also eine ganz spannende Sache, das haben wir in Deutschland ja schon recht lange, dass Kryptowerte auch ein Ding sind, die man auch besitzen kann und da eben entsprechend auch rechtlicher Schutz besteht. Genau, ja, es ist ein großer Vorteil auch, also deswegen sind einige Dinge in Deutschland möglich, die in anderen Ländern in den letzten Jahren gar nicht möglich waren. Das ist ein Thema, das finde ich gar nicht prominent genug diskutiert wird. Soviel zum regulatorischen Update. Alex, dann übergebe ich mal an dich, du hast einige News noch im Stablecoin-Bereich mitgebracht, da ist nämlich so einiges passiert im September. Ja, also Stablecoins ist tatsächlich ein Thema, das sich völlig unbeeindruckt zeigt von sonstigen eher ruhigen Krypto-News, ansonsten passiert ja tatsächlich jetzt nicht so viel, seitdem die ETFs jetzt mal draus waren, keine Hammer-News, das plätschert so vor sich hin, aber Stablecoins, habe ich das Gefühl, kommen jede Woche neue Nachrichten. Das passt auch ganz gut zusammen mit einer Studie, die von unter anderem Castle Island Ventures und Brevin Howard ausgegeben wurde, gesponsert von Visa, die haben nicht mal untersucht, wofür werden Stablecoins eigentlich genutzt, vor allem in Entwicklungsländern, da sind jetzt, wurden 2541 Erwachsene befragt, aus den Ländern Brasilien, Türkei, Nigeria, Indien und Indonesien und die wurden einfach mal gefragt, wofür nutzt ihr denn Stablecoins und die Ergebnisse sind sehr interessant, erstmal eine interessante Zahl ist, dass sich die Nutzung und die Nutzungsintensität und das Wachstum von Stablecoin Nutzung und Stablecoin Adressen und so weiter total entkoppelt hat von dem generellen Kryptosentiment, also wir gehen jetzt schon seit einiger Zeit irgendwie seitwärts, teilweise dann mal wieder ein bisschen runter und Stablecoin Nutzung, Anzahl der Adressen, wie gesagt Volumen, es steigt fast so linear an und das war schon spannend zu sehen und passt auch ganz gut mit den Antworten dieser Nutzerinnen und Nutzer zusammen, also wie gesagt, die wurden gefragt, wofür, was sind eure primären Anwendungsfälle für die Stablecoins, Rang 1 bleibt weiterhin Kryptotrading und Trading mit NFTs, das ist das, was wir hier auch immer wieder erwähnen, das haben 50% der Leute geantwortet, aber Rang 2 war dann, ja ich möchte gerne in US-Dollar sparen, also ich will einfach nur Exposure zum US-Dollar haben, es ist natürlich für Leute wie in der Türkei, wo wir aktuell sehr hohe Inflationsraten haben, durchaus verständlich, Rang 3 ist, wir wollen bessere Umtauschraten haben für unsere Währungen, die wir nutzen, also anstatt über den traditionellen Weg zu gehen, für FX-Geschäfte gehen sie über den Stablecoin Weg und Platz 5, also Platz 4 ist dann, man möchte Zinsen verdienen, also Yield, Staking und so weiter in DeFi, aber Platz 5 ist dann auch wieder ein realwirtschaftlicher Anwendungsfall, nämlich ich will meine lokale Währung in US-Dollar umtauschen, das ist ein bisschen ähnlich wie der zweite Anwendungsfall, also fand ich schon faszinierend, dass da scheinbar jetzt so eine gewisse Entkopplung stattfindet gerade. Und vor allem, wenn ich das richtig gesehen habe in der Studie, Alex, diese realwirtschaftlichen Anwendungsfälle, die sind jetzt ja sehr sehr nah auch an dem ersten Ich bin mit Kryptohandeln dran, also das ist nicht mehr ein großer Unterschied von irgendwie 20, 30 Prozentpunkte, sondern ich glaube, das sind ja fast 50 Prozent, die quasi gesagt haben, ich möchte Kryptohandeln und dann irgendwie 47, die sagen, ich möchte einen US-Dollar sparen, also total spannend, wenn dann wirklich der bald vielleicht dieser Haupt-Use-Case dann abgelöst wird von einem realwirtschaftlichen Use-Case, also ich muss sagen, es hat mich auch total überrascht und echt eine richtig spannende Studie mit echt richtig interessanten Ergibt. Aber ein Punkt noch zu dem US-Dollar sparen, das glaube ich total, das ist glaube ich auch ein Killer-Use-Case, weil das ja relativ einfach ist, dann auch US-Dollars zu halten. Ich kann mir nur vorstellen, dass das auch politisch beziehungsweise ökonomisch irgendwann nochmal ein Problem wird für den großen US-Dollar, den nominierten Stablecoin-Markt, denn andere Länder haben da eigentlich ja kein Interesse da dran und es ist auch die Frage, ob da alle in Amerika, vielleicht das Finanzministerium, aber auch die Zentralbank so ein Rieseninteresse hat, wenn also so Schattenbankengeld sozusagen sich weiterhin in die Welt verteilt und die, wir haben ja schon immer wieder mal über Euro-Dollars gesprochen, das sind ja dann auch eine neue Form von Euro-Dollars, also Dollars, die im Ausland entstehen und dann auch dort gehalten werden, dass das so massiv zunimmt. ja, also ich glaube, da gibt es viele zusätzliche Inputfaktoren, die das Ganze wirklich nochmal befeuern können, aber ja, das ist ein spannender Punkt, ich würde es nur nicht als Euro-Dollar bezeichnen, weil eigentlich ist es kein Euro-Dollar, es ist eher sowas wie US-Dollar-Bar-Geld, das im Ausland gehalten wird, es ist näher am US-Dollar-Bar, also es ist eine Liability einer US-Entity jetzt zumindest beim Fall von Circle, die aber einfach sehr leicht international transferierbar ist, also wie als könnte ich jetzt ganz leicht US-Dollar-Bills, also Cash versenden, weil Euro-Dollar ist ja wirklich, dass eine ausländische Bank dir plötzlich ein US-Dollar-Konto einräumt und das wäre jetzt auch so meine, also ich gebe dir voll und ganz recht, das ist auch immer das, woran ich als erstes denke, wie groß muss das werden, bis das dann wirklich mal zu Problemen führt, aber dann denke ich mir auch, der Euro-Dollar-Markt ist ja auch riesig, der ist aber natürlich eher so im institutionellen Bereich und deswegen bekommen das die meisten Leute auch sogar nicht mit und jetzt sind wir hier natürlich krass im Retail-Bereich, was dann oft auch zu mehr Aufmerksamkeit führt, also das ist ein guter Punkt, Manu, ich bin auch gespannt, ob da irgendwann mal, ob das mal zu Friktionen führt irgendwann. Ja und natürlich trotzdem auch spannend, ob sich wirklich der Stablecoin-Markt bezüglich der Währung verändert, also auch wenn wir hier in Europa die Mika haben, hat sich bisher ja, das ist auch noch Early Days für Mika regulierte Stablecoins, ja aber, und vor allem Euro denominierte Stablecoins, aber da hat sich ja bisher noch nicht viel gedreht. Und das wird glaube ich auch spannend, wenn das sich weiter so fortsetzt, was diese Studie ja darstellt, dass wir Stablecoins in Richtung Real World sozusagen, oder die Adoption in der Real World sehen, ob dann da auch zusätzliche Währungen dazu kommen, um zum Beispiel auch dieses Problem möglicherweise abzuschwächen, ja, dass man gar nicht nur in US-Dollar handelt. Andererseits, ich meine, jeder will US-Dollars in der Welt oder viele wollen US-Dollars, da liegt es natürlich auf der Hand. Ja, aber schau mal in die Türkei, also ich weiß nicht, ob den Türken und den Türkinnen nicht der Euro viel näher ist als der US-Dollar, also da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn es einen liquiden Euro-Stablecoin gibt, dass die dann eher in Euros sparen als in US-Dollar. Was mich überrascht hat und das ist vielleicht auch schon eine Antwort oder ein Indiz für diese Frage ist, es wurde auch gefragt, welchen Stablecoin präferierst du und warum und da war Tether ganz vorne und die Gründe, warum Tether präferiert wird, die haben mich fast ein bisschen schockiert, ja, also Rang 1, es ist der populärste Stablecoin mit dem größten Netzwerk, auch unter meinen, sagen wir mal, Bekannten in meinem Netzwerk, das ist noch verständlich, aber Platz 2 und das waren knapp 60 Prozent, ich vertraue Tether mehr als anderen Stablecoins und da siehst du mal, dass also bei den Retail-Usern, die beschäftigen, die hören nicht solche Podcasts wie die, die wir hier produzieren, wo wir ab und zu mal über die Attestations von Tether reden und dass die auch Bitcoin auf dem Balance-Sheet haben und dass das eventuell riskant ist und so weiter und dass das eine Company mit 80 Employees ist, so, ja, unreguliert, nicht in den USA sitzen, sondern die nutzen den Hall und die sehen, es funktioniert und meine ganzen, meine Freunde nutzen den auch und dann sagen sie, hey, deswegen entwickle ich Vertrauen dann da rein und das ist, denke ich, echt eine gute Erklärung, warum Tether so erfolgreich ist und zeigt auf der anderen Seite aber auch, wie schwierig es ist für Competitor, inklusive jetzt wahrscheinlich Euro-Competitors, da reinzukommen in den Markt. Und das ist natürlich auch ein Netzwerkeffekt, ne, ich meine, ein Stablecoin ist ein Closed-Loop-Ecosystem, das sollten wir nicht vergessen, ja, es ist zwar, wird übertragen über eine Public Blockchain, aber letzten Endes muss, auch wenn man das Ganze sich, also als wirklich als Geld vorstellt, was als Geld genutzt wird, braucht es ja auch Akzeptanzstellen, wie auch einfach jemanden, der den halten möchte. Es ist natürlich viel einfacher als ein PayPal zum Beispiel, wo man Kunde von PayPal sein muss, damit man das überhaupt akzeptieren kann, denn man braucht ja einfach nur ein ERC-20-Wallet, aber dennoch musst du ja auch sagen, okay, ich akzeptiere, dass du mir jetzt hier einen Tether schickst und keinen USDC, ja, und klar, Netzwerkeffekte sind immer wahnsinnig stark und da führt Tether natürlich noch massiv. Da lasst uns mal noch auf ein paar andere Stablecoin-News schauen, da ist sonst noch einiges passiert in Europa, wie auch global Europa, vor allem hat Bitpanda eine Partnerschaft mit Forge angekündigt, Forge ist eine Tochter der Societe Generale, die haben schon seit Längerem einen Stablecoin draußen, der nennt sich EuroCV und Bitpanda hat jetzt angekündigt, dass der eben auf der Börse gelistet wird, der wird auch bei Bitpanda Technologies integriert, Bitpanda Technologies ist das Unternehmen, das hinter den ganzen White-Labeling-Lösungen steckt, das wird zum Beispiel von N26 genutzt und da kann dann jetzt zum Beispiel auch dieser Stablecoin dann vermutlich vertrieben werden, das ist zumindest mein Verständnis des Ganzen. Bin mir noch nicht ganz sicher, warum das Partnerschaft genannt wurde und auch so groß angekündigt wurde, weil wenn es nur in Anführungszeichen ein Listing ist, dann ist es zwar toll, aber ich meine, Bitpanda wird in Zukunft wie andere Börsen wahrscheinlich auch noch andere Stablecoins Listen und hat auch schon andere Stablecoins gelistet, von daher weiß ich nicht, ob da noch mehr dahinter steckt, aber das Einzige, was ich verstanden habe, war jetzt dieses Listen. Aber für Forge ist das natürlich gerade wirklich ein komplett neuer Bereich, in den dieser Stablecoin reingeht und auch die Emittentin reingeht. Also nochmal, das ist eine Bank beziehungsweise eine Tochter einer Bank und dieser EuroCV, der ist ja dieses Jahr erst gewechselt von einem White-List-Approach zu einem Blacklist-Approach, bedeutet also, vorher mussten alle, die den Token halten können, in einer Liste aufgeführt werden, alle Adressen und nur diese Adressen konnten diesen Stablecoin überhaupt halten. Das hat man abgeschafft, weil die Nutzung auch sehr niedrig nur war und lässt den Stablecoin jetzt frei zirkulieren und restringiert nur ein paar Wallets, die halt bekannt sind und auf der OFAC-Liste und so weiter stehen und sonst kann jeder diesen Token halten und jetzt ist also der nächste Schritt natürlich das Listing an der Börse. EuroCV ist auch glaube ich schon an, was, Kraken in Europa, müsste ich nochmal nachgucken, Bitstamp war es ja genau, schon gelistet, aber jetzt halt eben auch bei Bitpanda, also ein weiterer Schritt der Adoption des Stablecoins als ja klassischer nur Blacklist-Stablecoin von eben Forge, was wie gesagt aus einer Bank hervorgegangen ist, ja schon bei Indon. Genau, Forge ist aber keine Bank und das ist deswegen wichtig, weil nämlich Banking Circle, das ist eine Bank aus Luxemburg, die haben auch einen Stablecoin ausgegeben, einen Mika-Rompliant-Stablecoin und dadurch, dass Forge ja nur in Anführungszeichen die Tochter einer Bank ist und Banking Circle aber selbst eine Bank ist, konnten sie jetzt behaupten oder sagen, sie haben den ersten Bank geissued, also von einer Bank herausgegeben, einen Mika-Stablecoin geissued oder herausgegeben, also Banking Circle aus Luxemburg, die haben jetzt EuroE emittiert, einen Stablecoin aktuell auf Ethereum und Binance Smart Chain verfügbar und dadurch tatsächlich der erste von einer Bank herausgegebener Stablecoin. Ein anderes traditionelles Finanzunternehmen, das schon vor einiger Zeit ein Stablecoin ausgegeben hat, haben wir hier auch ausführlich berichtet, auch ein FAZ-Artikel habe ich dazu geschrieben, ich glaube, Manus Wann haben sogar wir beide gemacht, über den PayPal-Stablecoin, der hat nämlich jetzt die eine Milliarde Marktkapitalisierung geknackt, die haben aktuelles PayPal sehr aktiv mit Anreizprogrammen in DeFi-Protokollen, also zum Beispiel Camino und so ähnlich, da kann man sehr hohe Renditen für den PYUSD-Stablecoin erhalten und ich will jetzt nicht sagen, dass das der einzige Grund war, aber es gab eine gewisse zeitliche Konkurrenz zwischen diesen Angeboten und jetzt dem starken Wachstum dieses Volumens bei PayPal, von daher ist man dann die Frage, wie nachhaltig ist das, also wir können jetzt nicht jeden Monat da Millionen in diese DeFi-Protokolle stecken, um das zu subventionieren, diese Zinsen, weil es ist sehr teuer für PayPal gerade, bin gespannt, wie es dann ist, wenn sie das wieder zurückfahren, aber man sieht auch, die haben verstanden, das Allerwichtigste sind die Netzwerkeffekte, wir brauchen eine gewisse Größe, damit der Stablecoin relevant ist und da muss man Geld für ausgeben und das macht PayPal gerade, die Betonin war der José Fernandes, glaube ich, heißt der von PayPal, der das Projekt leitet, war auch auf der Konferenz in Singapur, hat nochmal betont, dass für PayPal diese Nutzung als Zahlung wirklich Vorrang hat, die wollen jetzt keinen Krypto-DeFi-Stablecoin bauen, aber ich meine, hier ist, wie gesagt, sie haben verstanden, dass sie trotzdem Netzwerkeffekte generieren müssen. Ja und das Timing war ja auch sehr gut, also die Meldung, dass der Stablecoin auf Solana ausgegeben wurde, die ist ja noch gar nicht so alt und jetzt eben auf Solana ist ja ein wahnsinniger Hype, gerade wieder im DeFi-Bereich, im Meme-Coin-Bereich und das hat jetzt PayPal gut genutzt, da genau in dieser Zeit praktisch ihren Stablecoin da auch bereitzustellen. Also clever gemacht, aber ich denke auch, PayPal hatte oder hat weiterhin eigentlich eine andere Strategie, also eben den Stablecoin in den Massenzahlungsverkehr zu bringen, dass der auch genutzt werden kann für normale Zahlungen. Und man sieht dann halt der News ja auch, wie lang es letztendlich dauert, dass man da so Traction und Reach hinbekommt. Ich meine, in Stablecoin gibt es jetzt ein Jahr, jetzt hat sich das Gefühl in den letzten, glaube ich, wahrscheinlich zwei Monaten irgendwie verdoppelt, seit es ja auf Solana sind. Das heißt, das ist, denke ich, auch wichtig, dass man oftmals so ein bisschen rauszoomt, dass selbst so jemand wie PayPal, der ein unfassbares großes Netzwerk hat, da jetzt nicht über Nacht einen Milliarden Dollar Stablecoin launcht. Und das ist, denke ich, wichtig auch zu verstehen, dass man nicht so hohe Erwartungen an andere Projekte hat, die jetzt dann auch in den letzten Monaten kommen, rund um Stablecoins oder auch rund um Euro-Stablecoins. Es dauert einfach. Ja, wir könnten hier noch weitermachen mit Stablecoin News. Es ist, wie gesagt, echt viel passiert, auch im USTC-Netzwerk. Die haben ihr Headquarter nach New York verlegt. Die arbeiten mit Sony, zusammen mit der BBVA. In der Schweiz arbeiten sie zusammen, also für die Schweizer BBVA-Kunden. Ihr könnt mal schauen, ihr werdet jetzt demnächst neben Bitcoin und Ether auch USTC zur Verfügung haben. Ich würde aber nur noch auf eine Sache eingehen, und zwar hat USTC auch eine Partnerschaft mit Polymark, sind die eingegangen. Und wir hatten das letzte Mal ja schon über Polymarket gesprochen. Und da wollte ich noch zwei Sätze dazu sagen. Also nochmal zur Erinnerung, Polymarket, das ist so eine Blockchain-basierte Prognose-Plattform auf dem Polygon-Netzwerk. Da kann man Wetten, Wahlprognosen abgeben in Echtzeit. Hat im August ein Handelsvolumen von 450 Millionen US-Dollar, also hat schon eine gewisse Größe erreicht. Die größte Wette ist da gerade um den Ausgang der Präsidentschaftswahl, Trump vs. Harris. Und jetzt ist da eben, gibt es eine Partnerschaft, wurde auch auf der Token 2049 angekündigt zwischen USTC und Polymarket. Und Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Einstieg in diese Polymarket-Pools zu vereinfachen, um eben das On-Ramp und das Mitmachen über den USTC-Stablecoin ein bisschen einfacher zu gestalten. Und ja, diese Polymarket-Plattform, wir haben ja letztes Mal, oder vor allem, ich habe euch letztes Mal so ein bisschen dazu angehalten, euch das doch mal anzusehen. Es ist auch spannend, die Polymarket-Daten sind mittlerweile auch im Bloomberg-Terminal integriert. Also ihr seht, diese Plattform, die gewinnt sehr an Prominenz. Aber wir haben von einem aufmerksamen Hörer und es ist nicht nur ein gewöhnlicher Hörer, sondern ein absoluter Experte, so im Compliance-Bereich, habe ich eine Nachricht bekommen, die ich euch nicht vorenthalten möchte, einfach nochmal, um Transparenz zu liefern, wo wir da gerade regulatorisch stehen. Und er hat gesagt, dass man mit Polymarket etwas vorsichtig sein muss, denn es könnte sich dabei um einen Glücksspielanbieter handeln. Das ist also noch nicht geklärt. Und es gibt da ein Paragraph im StGB, Paragraph 285, und der besagt, dass das Anbieten von illegalem Glücksspiel, nicht nur das Anbieten selbst, ist eine Straftat, sondern auch die Teilnahme daran. Und Polymarket ist noch nicht oder nicht auf der deutschen Whitelist. Das heißt, wenn ihr Polymarket nutzt, gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ihr da irgendwann mal Probleme bekommt. Das heißt, es ist noch offen, wie damit umgegangen wird. Und er meinte, zumindest sollte man aufpassen, dass man nicht direkt von Börsen irgendwie da Geld hinüberweist, sondern dort tradet oder wettet, das einfach nur so ein bisschen zur Vorsicht, dass ihr auch wisst, wo wir da stehen und dass da noch viele offene Fragen sind in Deutschland. Und in dem Zusammenhang nochmal vielen Dank an den Hörer, dass er uns da diese zusätzlichen Informationen zur Verfügung gestellt hat. Gut, dann machen wir, glaube ich, mit dem letzten Teil weiter. Ich versuche, mich auch kurz zu fassen mit Blick auf die Uhr. Wir haben noch ein paar Meldungen zu dem CBDC Space und zu Tokenized Deposits mitgebracht. CBDC, Central Bank Digital Currency, da gibt es zwei interessante Meldungen, zwei konträre Meldungen zu Retail CBDC. Also neben dem digitalen Euro in Europa, der ja weiter voranschreitet, peu a peu, gibt es natürlich weltweit viel Bewegung und zwar jetzt hier eine neue Meldung aus Russland. Und ja, wir haben auch schon mehrfach berichtet, dass Russland also auch hier aktiv an einer Retail CBDC arbeitet und nun hat die größte russische Bank, die Spare Bank, angekündigt, dass sie ab Anfang 2025, also ich sage mal, in einem guten halben Jahr, bereits digitale Rubel-Transaktionen anbieten möchte. Die russische Bank, die Spare Bank, die hat sich jetzt eben auch in der zweiten Testrunde des CBDC-Projektes angeschlossen, zusammen mit etwa 20 weiteren Finanzinstituten. Und ich habe noch ein paar Stats mitgebracht und ein paar Zahlen, weil das hatte ich auch alles so nicht mehr auf dem Schirm, was da alles noch so passiert ist in Russland. Also die russische Zentralbank hat den Prototypen des digitalen Rubels bereits im Dezember 2021 vorgestellt und hat dann 2022 mit einer Testphase begonnen. Und bis August 2023 hatten dann Kunden und Mitarbeiter von 13 russischen Banken bereits an den Pilot-Transaktionen teilgenommen, also bis zum Sommer letzten Jahres. Anfang September diesen Jahres weitete dann die Zentralbank das Pilotprojekt auf bis zu 9000 Privatpersonen und 1200 Unternehmen aus. Zuvor waren das nur 600 Privatpersonen, also sehr, sehr klein. Und ja, Ende Juli teilte dann die russische Zentralbank eben auch mit, dass der digitale Rubel bis Juli 2025 für eine breitere Nutzung zur Verfügung stehen könnte. Ja, also ganz spannend. Hier geht Russland jetzt wirklich stark voran und will nächstes Jahr das Ganze schon anbieten. Eine konträre Meldung haben wir aus Kanada mitgebracht, denn Kanada legt die Pläne für Retail Central Bank Digital Currencies nieder und fokussiert sich dann eher auf Wholesale CBDC. Und das wurde bereits in einem Radiosender Anfang September verkündet, im Radiosender CBC, dass hier also die Bank of Canada ihre Arbeit einstellen wollte an Retail-CVDCs. Und jetzt hat der Gouverneur der Bank of Canada das auch nochmal bestätigt. Die Bank of Canada war hier auch führend im Bereich der Forschung zu Retail-CVDC. Aber jetzt hat hier eben Tiff McClellan, der Gouverneur, gesagt, dass sie in den letzten Jahren genug umfangreiches Wissen gesammelt haben, aber bislang keine zwingende Gründe sehen, eine Retail-CVDC in Kanada hinzuführen. Und die wollen sich jetzt hier eben der breiteren Erforschung des Zahlungsverkehrssystems und die Entwicklung von neuen digitalen Strategien fokussieren. Sie wollen aber weiterhin sicherstellen, das hat er auch nochmal erwähnt, dass die Kanadier stets über eine sichere Versorgung mit öffentlichem Geld verfügen, was aktuell ja nur Bargeld ist, ja, und aber erst mal Retail-CVDC auf Eis gelegt haben. Ja, jetzt haben wir eine Retail-CVDC in China, die nicht wirklich genutzt wird. Dann haben wir sonst, glaube ich, keine große Jurisdiktion, die wirklich ernsthaft neben der EZB ernsthaft Pläne hat, eine Retail-CVDC Indien, vielleicht noch aus Großbritannien, da passiert auch noch einiges. Okay, okay. Ja, ich bin gespannt. Also die Tendenz, habe ich so das Gefühl, ging jetzt in den letzten Monaten eher in Richtung Wholesale-CVDC, auch die großen Projekte, die da so von der BAS gestartet wurden. Ich bin gespannt, ob die Retail-CVDC wirklich so kommt, wie sie angekündigt wurde, oder dann, wenn sie kommt, auch wirklich Nutzung erfährt und ob dann nicht am Ende doch eher der Wholesale-CVDC, das ist, was sich als erfolgreicheres Produkt durchsetzen wird. Und da gab es auch weitere News, auch zu dem, was du gesagt hast, Alex, man, ich würde da voll zustimmen. Wirklich jetzt auch im September, dass ein paar andere Zentralbanken auch gesagt haben, erst mal, nee, zu Retail, beziehungsweise erst mal nicht, aber wir sind natürlich da, falls doch die Notwendigkeit aufkommt, was immer so ein Standardsatz ist. Also hat sich am Anfang des Jahres auch schon eine Studie der BAS niedergeschlagen, die im Endeffekt sich immer anguckt, jedes Jahr, wo stehen wir, Hose-CVDC, da hatte dieses Jahr das erste Jahr Hose-CVDC mehr Fokus. Und das schlägt sich jetzt eben auch noch weiter nieder. Also meiner Sicht auch eher eine positive Entwicklung. Wir diskutieren hier ja schon seit Jahren eigentlich über den Use-Case von Retail, dass man da jetzt eine Hose priorisiert, ist, denke ich, naheliegend. Und jetzt ja auch in dem Sinne sinnvoll, dass sich das jetzt wirklich in den konkreten Projekten auch niederschlägt. Ja, und das sind dann auch die weiteren Meldungen, die ich noch mitgebracht habe, eher in dem Wholesale-CVDC-Bereich. Also Brasilien macht hier weiter mit ihrem Drax-CVDC-Pilotprojekt. Da hatten wir auch hier und da schon mal berichtet. Das ist also wirklich ein sehr umfangreiches Projekt, was in den letzten Jahren schon lief. Die Kommunikation war da vor allem auf Portugiesisch, bis dann so ein Medium-Artikel Drax for Gringos rauskam. Kann ich nur empfehlen, sich das auch mal anzugucken oder durchzulesen. Und ja, also das Projekt geht weiter. 13 weitere Themen sollen getestet werden, unter anderem auch Immobilientransaktionen, Transaktionen im Agrarsektor. Der Devisenmarkt sollte optimiert werden. Also FX wird sich angeguckt, Trade Finance wird sich angeguckt. Also wirklich ganz unterschiedliche Use Cases. Und auch weitere Banken und Player wurden ausgewählt. Also auch große Namen wie Santander, Visa, Mastercard und auch Google nehmen jetzt an diesen Experimenten teil. Und ja, Drax, ganz spannend, da gibt es eben keine Retail-CBDC, sondern nur eine Wholesale-CBDC und in Kombination mit tokenisierten Einlagen. Also ganz nah an diesem Konzept vom Unified Ledger, das hier also letzten Endes die Retail-Ebene eher tokenisierte Einlagen hält bei Banken, die dann durch Wholesale-CBDC gesettelt werden. Sehr ähnlich zu dem Projekt Agora, wo ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen komme. Davor aber auch nochmal ein kurzer Abriss zu den Experimenten und Trials im Eurosystem. Die gehen weiter. Da hatte ich ja eine Episode aufgenommen, auch mit einem kurzen Update zu den Wholesale-CBDC-Projekten in der Eurozone. Die Bank de France hat jetzt einiges nochmal veröffentlicht, wo daraus hervorgeht, dass sie auch tokenisierte Deposits-Use-Cases ähnlich wie jetzt hier in Drax getestet hat. Also Settlement von Einlagen in Wholesale-CBDC, alles orchestriert über eine Blockchain. Das hat sie mit JP Morgan gemacht, aber auch italienische Banken waren da in dem Bereich aktiv. Man hat eine Staatsanleihe begeben von Slowenien. Das hat die BNP Paribas gemacht. Es wurde gesettelt über Wholesale-CBDC und man hat auch schon FX-PVP-Transaktionen mit der Hongkong-Monitorial Authority durchgeführt. Aber ja, wenn ihr da mehr hören wollt, hört euch auf jeden Fall nochmal meine Episode an. Verlinken wir nochmal in den Shownotes. Und dann gab es auch in Richtung Unified Ledger eine spannende Nachricht, denn der Gouverneur der Bank de France, der schlägt jetzt hier eben auch im Sinne der Europäischen Kapitalmarktunion einen europäischen Unified Ledger vor. Und er hatte da in einer Rede sich also zur Zukunft des Kapitalmarkts in Europa geäußert und es sieht also dann hier auch eine neue, öffentlich-private Infrastruktur vor, die auf einem verteilten Ledger aufbaut und also hier Wholesale-CBDC für das Settlement von tokenisierten Einlagen nutzen sollte. Aber auf dieser Infrastruktur sollten natürlich auch tokenisierte Finanzinstrumente ausgegeben werden. Also doch ein großes Vorhaben, eben um die Kapitalmarktunion in Europa voranzutreiben. Sehr ähnlich zu der Vision von Projekt Agora von der BIS, zu dem ich auch noch ein paar Meldungen mitgenommen habe oder mitgebracht habe. Und genau, da geht es nämlich auch weiter, denn da war letzte Woche jetzt eben der Kick-Off. 41 Institute wurden hier ausgewählt, die gemeinsam mit sieben Zentralbanken hier an dieser Vision auch arbeiten sollen. Es ist ein sehr ehrgeiziges Projekt, eben auch hier diese sieben Zentralbanken an einen Tisch zu bringen. Das ist die Bank de France, das ist die Zentralbank aus Mexiko, aus der Schweiz, England, Japan, Südkorea und aber auch die Federal Reserve aus New York, die hier also jetzt gemeinsam mit diesen 41 Privatinstituten an einem Blueprint für einen solchen Unified Ledger arbeiten. Hier geht es ganz klar auch um Korrespondenzbankgeschäft. Das hatten wir schon auch in der Wholesale-CBDC-Episode, da hatte ich da einen Überblick gegeben und da ging es jetzt eben los. Und das Ziel ist hier also, den Prozess von internationalen Geldtransfers zu vereinfachen und effizienter zu machen, insbesondere auch das Screening und die AML-Checks besser zu orchestrieren, dass also hier nicht jeder Bank einzeln ihre Checks machen muss, sondern dass man das Ganze letzten Endes orchestriert, dass das besser durchgeführt wird und auch durch Tokenisierung vereinfacht wird. Ja, und da bleibt die alte Welt so ein bisschen unter sich, Banken und Zentralbanken. Circle hatte, wenn ich richtig informiert bin, auch versucht, sich dafür zu bewerben als Dablecoin-Emittent, wurde da nicht mitgenommen, was ich, ich meine, ich kann jetzt nicht sagen, warum diese Bewerbung gescheitert ist, kann auch andere Gründe haben, aber ich hätte es generell schon nicht schlecht gefunden, da auch Stablecoins zu integrieren. Wir haben heute gesehen, was da passiert im Stablecoin-Bereich. Wir haben auch gesehen, dass die Anwendungsfälle durchaus genau die sind, die sich hier auch Agora ansieht und da hätte ich es schon spannend gefunden, wenn man da versucht, auch den Stablecoin-Sektor da einfach zu integrieren, in was auch immer man dort baut. Bislang scheint das eher so ein volles Konkurrenzprojekt zu sein zu dem ganzen Stablecoin-Space. Das stimmt, wobei ich muss sagen, was mich überrascht hat, ist, dass zum Beispiel auch die Sygnum-Bank aus der Schweiz zum Beispiel dabei ist. Das ist also vielleicht dann doch ein neuer Player und warum hat mich das überrascht? Weil das sonst eigentlich ja keine Bank ist, die irgendwie im Cross-Border-Zahlungsverkehr und im Korrespondenz-Bankgeschäft tätig ist. Und das wäre also auch meine Antwort auf deinen Einwand, den ich natürlich verstehe. Es wäre spannend, da auch Stablecoins mit aufzunehmen, aber hier will man sich wirklich auf das Korrespondenz-Bankgeschäft fokussieren, wo natürlich nur eher große Banken tätig sind, die dann auch Konten für andere Banken einrichten. Ja, aber Stichwort Sygnum und das ist dann auch die letzte Meldung, die ich noch mitgebracht habe. Das ist ganz interessant. Die UBS, die PostFinance und die Sygnum-Bank, die haben sich in der Schweiz zusammengetan mit dem Schweizer Bankenverband und haben hier also angekündigt, einen Proof-of-Concept zu Deposit-Token durchführen zu wollen. Also letzten Endes tokenisierte Einlagen, haben auch ein Memorandum of Understanding veröffentlicht und unterzeichnet und diese Absichtserklärung, die besagt eben auch, dass sie sich hier gemeinsam dieses Thema tokenisierte Einlagen nochmal angucken wollen. Also hier vielleicht als Gegenpol zu diesem Stablecoin-Projekt in der Schweiz, aber auch dem bisherigen Projekt tokenisierter Einlagen eher in so einem Stablecoin-Ransatz herauszubringen. Nun also ein weiterer Zusammenschluss der UBS, der PostFinance und Sygnum-Einlagetoken zu untersuchen und zu testen. Ja und die PostFinance engagiert sich ja auch in einem der Stablecoin-Projekte in der Schweiz. Also die ist da doch sehr, sehr aktiv, gerade was den Zahlungsbereich angeht, hat auch einen großen Payments-Bereich. Also ja, eine der Banden, die da ganz vorne vorne dabei ist. Nochmal, bevor wir das Ganze dann abbinden, zurück nach Deutschland. Da gibt es nämlich auch Neuigkeiten und zwar an der Frankfurt School. Jonas, vielleicht kannst du, du bist da auch am nächsten dran von uns, nochmal kurz ein Update geben, da gibt es News. Genau, sehr gerne. Und zwar hat die Frankfurt School Kopier Georg einen Ruf erteilt als Professor of Practice in Digital Finance and Technology und ihn auch zum Direktor des Frankfurt School Blockchain Centers ernannt. Das heißt, die meisten können sich schon vorstellen, um was es geht. Es ging letztendlich um die Nachbesetzung der Stelle des, ja leider Anfang des Jahres verstorbenen Philipp Sandner. Das heißt, diese Stelle ist jetzt seit 1. September mit Kopier Georg neu besetzt. Ja, Kopier hat 2011 an der Uni Jena promoviert, ist quasi aus Deutschland, war auch im Forschungszentrum der Bundesbank tätig, kommt dann jetzt zuletzt von der University of Cape Town aus Südafrika, hatte auch als Forscher Aufenthalt im MIT, Columbia, Oxford, Princeton, ist auch wirklich ein sehr angesehener Wissenschaftler, muss man sagen. Ich hatte mit ihm auch mal so ein paar Touchpoints bislang zum Thema CBDC, wo wir uns schon so ein bisschen über den Weg gelaufen sind. Das heißt, seine Hauptforschungsschwerpunkte sind so ein bisschen finanzielle, soziale Verflechtung, Privatsphäre, dezentralen System, digitale Eigentumsrechte, Innovationen und er beschäftigt sich eben auch viel mit der Frage, wie Technologien eben heute das Finanzsystem ändern, neu gestalten. Deshalb eben zum Beispiel auch CBDCs. Deswegen, das denke ich, eine sehr wichtige Neuigkeit, da wir auch oft oder ich auch sehr oft gefragt wurde, wie geht es denn jetzt weiter am Blockchain Center und so weiter und so fort. Dementsprechend personell jetzt neu besetzt seit Anfang des Monats und möchte an der Stelle auch eine Kopie mit einem guten Start am FSBC wünschen und bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und sicherlich auch sehr große Fußstapfen, in die er da letztendlich auch tritt. Wollte ich gerade sagen, ich meine, das ist kein einfacher Gang für ihn und von ihm, wenn er da in diese Fußstapfen eintreten will und das ähnlich machen will und ich glaube, das finde ich jetzt so das Spannendste, in welche Richtung entwickelt sich das Frankfurt School Blockchain Center. Wird es in eine ähnliche Richtung gehen, wie wir es bisher kennen durch Philipp Sandner oder wird er hier also einen ganz neuen Ansatz erfahren? Ich habe das Gefühl, er hat wirklich auch einen starken Research-Fokus, was hier vielleicht ja einen ganz anderen Schlag an dem Frankfurt School Blockchain Center auch geben kann, aber dann ist ja auch die Frage, wie unterscheidet sich ein Lehrstuhl, wo man Research macht von einem eher praxisorientierten, weiterhin bestehenden Frankfurt School Blockchain Center. Also sehr, sehr spannend. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen und wünsche ihm alles, alles Gute und freue mich auch, ihn irgendwann mal kennenzulernen und werde das auch sehr verfolgen, intensiv verfolgen, was sich da so entwickelt. Gut, dann lasst uns doch zum Abschluss noch zu unseren Fundstücken kommen. Wir haben gerade schon über die BIS gesprochen und das Projekt Agora noch mal vorgestellt und Manu, dein Fundstück heute kommt auch von der BIS. Auch von der BIS. BIS ist weiterhin sehr aktiv, nicht nur im Bereich Adoption der Blockchain im bestehenden traditionellen Finanzsystem mit Agora und so weiter, sondern auch im Research und hier gab es ein neues Papier, Novel Risks, Mitigance and Uncertainties with Permissionless Distributed Ledger Technologies. Also dieses Papier widmet sich dem Public Permissionless Blockchain-Bereich und listet hier in einer ersten Publikation, die mir zumindest bekannt ist, eine Liste an Risiken auf, die Public Blockchains haben und zeigt auf, wie man sie mitigieren könnte und wo man mit den Mitigationsmaßnahmen steht. Und das Papier wird eben auch vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht oder wurde veröffentlicht, BCBS. Und BCBS hat eben auch diese neuen Basel-Richtlinien veröffentlicht, die ja Banken sehr stark bestrafen, die Public Blockchain-imitierte Assets in ihrer Bilanz halt halten. Die werden die bestraft eben durch viel Eigenkapital, was dagegen gehalten werden muss und zwar 100% Eigenkapital. Und das ist also auf jeden Fall eine ganz interessante Lektüre, ist auch nicht allzu lang. Die Frage ist, ob das jetzt wirklich Novel Risiken sind und so neue Risiken sind und ob das die einzigen Maßnahmen sind, wie man diese Risiken auch mitigieren kann. Aber es ist sicherlich ein sehr guter Aufschlag, sich dem Thema zu widmen und das wird nicht die letzte Veröffentlichung sein, denke ich, zu dem Bereich. Und ich hoffe, dass da sogar ein ganzer neuer Strang angestoßen wird, auch in der Wissenschaft und an Publikationen, die sich der Mitigation dieser Risiken widmen, damit also auch Public Permissionless Blockchains hier weiter im traditionellen Finanzsektor sich etablieren können. Ja, und weil du gerade 100% Eigenkapital angesprochen hast, jetzt muss ich doch noch eine Eilmeldung hier kurz erwähnen, weil wir da sehr oft drüber gesprochen haben in den letzten Monaten und zwar SAB 121 haben wir oft diskutiert, dass das ja auch Eigenkapitalanforderungen an US-Banken stellt und dass der Grund ist, warum keine US-Bank zum Beispiel gerade Kastodien für die Krypto-ETFs ist. Da gibt es jetzt erste Ausnahmeregelungen und gerade globale, systemisch wichtige Banken bekommen da eventuell teilweise jetzt eine Ausnahmegenehmigung und es scheint so zu sein, dass B&Y Mellon da eine bekommen hat. Das heißt, es kann durchaus sein, dass da jetzt auch Banken in den USA noch aktiver ins Custody-Business einsteigen und das ist nicht nur für Krypto-Custody in den USA relevant, sondern global für jegliche Assets, die auf einer Public Permissionless Blockchain sind. Also auch Asset-Manager aus Asien nutzen teilweise B&Y als Kastodien und diese Asset-Manager können dann, wenn B&Y diese Services anbieten kann, auch zum Beispiel tokenisierte Assets leichter verwahren. Also das war noch eine relativ wichtige News. Vielleicht haben wir da beim nächsten Mal dann auch schon mehr Informationen, aber das wollte ich jetzt hier noch kurz hochwerfen. Ansonsten geht es bei meinem Fundstück um ein Thema, das ich, ich will jetzt nicht sagen angekündigt, aber gehofft hatte, als die ETFs rauskamen. Da habe ich damals auch gesagt, es wird so richtig interessant erst, wenn dann die großen Asset-Manager ihre Vertriebsmaschinerien anwerfen und das passiert jetzt immer mehr. Wir sehen immer mehr Interviews von dem BlackRock-CEO oder auch VanEck, die auf CNN und so weiter ihre Bitcoin-Preisprognosen von sich geben. Und jetzt hat BlackRock auch ein größeres Bitcoin-Paper geschrieben. Lest euch das gerne durch. Die Kurzzusammenfassung ist, dass Bitcoin so als ein Diversifikator positioniert wird, also zum guten Stück unreguliert oder wenig reguliert mit dem Rest des Finanzmarktes, gut für die Diversifikation, hat in den letzten sieben von zehn Jahren alle großen Asset-Klassen geschlagen, mit annualisiert über 100 Prozent. Rendite wird von Anlegern immer mehr als sicherer Hafen angesehen. Also ein sehr positives Bitcoin-Paper, also für diejenigen, die mal wieder was Gutes für ihre Bitcoin-Seele brauchen, schaut euch das gerne an und ist natürlich auch wichtig für den Space, da das dann ganz viele potenzielle noch in Zukunft zu werdende Bitcoin-Anleger verteilt wird, dieses Papier, was dem Space natürlich gut tut. Dann schließe ich gerne die Runde ab mit meinem Fundstück. Ich habe heute was zum Thema CBDC mitgebracht. Ich muss sagen, da gab es zuletzt sehr, sehr wenig neue Paper. Das war aber wirklich ein sehr gutes und zwar vom Internationalen Währungsfonds IWF mit dem Titel CBDC Data Use and Data Protection. Der Titel sagt eigentlich schon ganz gut, dass die Autoren auf den Trade-off eingehen zwischen auf der einen Seite CBDC-Datennutzung, was ja einige Vorteile hat, aber eben auch auf der anderen Seite, dass eben die Privatsphäre geschützt werden muss, haben wir ja auch schon sehr, sehr oft drüber geredet. Da gibt es eben einen vorliegenden Trade-off oder Zielkonflikt und die haben aber auch ein Framework vorgestellt vom IWF, wie man diesen Trade-off durchdenken und adressieren kann. Also an der Stelle wirklich sehr lesenswert, vor allem für alle, die das Thema Datenschutz am Herzen liegt, wirklich sehr differenziert an der Stelle auch vom IWF. Verlinken wir wie die anderen Fundstücke auch für euch in den Shownotes. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einen Strich drunter unter die Episode. Bleibt eigentlich nichts weiter aus. Euch danke zu sagen, schön, dass ihr dabei wart bei der Episode, wenn ihr uns gut findet. Wie gewohnt, der Aufruf, uns gerne weiter zu verbreiten mit euren Freunden, Kollegen, Familie und so weiter und so fort. Findet uns überall, wo es Podcasts gibt, folgt uns auf Social Media, folgt uns auf YouTube und so weiter und so fort. An dieser Stelle danke euch, Manu und Alex. Danke euch. Gut, ciao, ciao. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Achtung, Disclaimer. Die Inhalte spiegeln die private Meinung der Hosts wider, dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Es gilt, do your own research, informiert euch, bevor ihr Investments tätigt. Das alles findet ihr auch auf unserer Website unter www.bfrr.de slash Disclaimer. www.bfrr.de